In London haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag lange Schlangen vor den Geschäften gebildet. Die Menschen standen an, um am sogenannten Boxing Day besonders günstig einzukaufen. Traditionell gibt es an diesem Tag größere Rabatte als sonst. Viele Käufer stellten sich schon früh morgens an, um als eine der ersten in die Läden zu kommen. Manche kamen extra aus anderen Ländern. Ich stehe sowieso früh auf, ich musste also nur eine halbe Stunde früher aus dem Bett und ich habe es beinahe schon am Tag vor Weihnachten gekauft. Mir wurde aber gesagt, ich soll heute zurückkommen. Wir sind von Dänemark nach London gekommen, um einzukaufen. Es ist sehr günstig, deshalb sind wir hier. In diesem Jahr wurden besonders viele Schnäppchen erwartet, da das Geschäft vor Weihnachten für den Handel nicht gut lief. In Großbritannien mussten Geschäfte unter anderem durch höhere Immobiliensteuern und mehr Online-Käufe schwere finanzielle Einbußen hinnehmen.